hallo leute und willkommen hier bei mia paket ihr seht schon die macht der drei linsen also wir haben hier ein iphone 11 in der neuen farbe midnight green oder zu deutsch glaube ich nacht grün wird sie genannt und das packen wir jetzt heute mal hier gemeinsam aus und schauen mal was hier so drin steckt also kein iphone 11 ach gott ich muss mich an die namen noch gewöhnen ein iphone 11 pro natürlich es gibt ja noch das iphone 11 pro max super name und das normale iphone 11 das dann aber nur zwei kamera linsen hinten auf der rückseite hat sowie das iphone 10 und 10s zu ihren zeiten also schauen wir doch mal rum was wir hier so haben ich pack direkt mal aus das teil ist noch ganz ganz frisch das ist quasi noch warm von der hand des ups lieferanten also gerade erst eingetroffen und erstmal die packung ist sehr schön gestaltet das sieht sehr echt aus schon was man hier sieht ist wieder so ein kleiner hochdruck man kann auch hier das iphone spüren wenn man drüber fährt und ganz interessant auch hier den kamera hubbel dass es dann noch mal ein bisschen höher geht also schön gestaltet auch die farbe lässt sich erahnen auch hier dann der farbige druck wo dann allerdings hier nur iphone steht und nicht iphone 11 pro oder iphone pro oder sowas apfel iphone apfel und auf der rückseite das übliche wir machen gar nicht lange rum einmal anheben die packung und dann schauen wir mal rein und da liegt es auch schon direkt vor uns das iphone 11 pro sieht eigentlich ganz nett aus ich bin ja gar kein fan von dieser von diesem kamera hubbel auf der rückseite habe ich einem frühen video schon gesagt wo es dann die gerüchte halber darum ging ja dass jetzt hier diese drei kameras mit diesem fetten teil auf der rückseite kommen da habe ich ja so ein bisschen rumgekotzt hier auf youtube aber nein wir schauen gleich mal ich glaube in echt sieht es jetzt da doch ein bisschen schöner aus wir haben hier noch mal mit dabei unsere ganz normalen apple earpods mit dem lightning anschluss ja wo ist er irgendwo hier drin auf jeden fall die ganz normalen wie man sie seit ewigkeiten kennt mit lightning anschluss dran dann haben wir aber hier was neues nämlich ein lightning kabel und zwar haben wir einmal naja ganz normal eben lightning auf der einen seite aber auf der anderen seite ob es wenn ich wenn ich es mal rausziehe haben jetzt hier den usbc anschluss also es gab dieses jahr ja leider kein update hier auf überall usbc das wäre mal schön gewesen aber naja so halb zumindest hier nicht mehr lightning auf usb sondern lightning auf usbc das hätten wir hier beim kabelchen dabei und das netzteil das ist endlich auch ein bisschen fetter geworden nicht mehr das standardmäßige 5 watt netzteil sondern das hier ist das 15 watt netzteil zum fast chargen ich wollte gerade mal schauen wo es steht hier sehen wir den usbc anschluss und hier ganz dazwischen klein haben wir dann stehen dass wir hier ein 15 watt netzteil haben zum schnell laden das wird allerdings nur bei den pro modellen mit geliefert beim regulären iphone also im nachfolger vom iphone 10 r gibt es immer noch das kleine 5 watt netzteil okay dann kann die packung mal zur seite hier schauen wir noch kurz dort rein hier das kennen wir ja unsere ganz normale standard anleitung unser sim tool aber was ich jetzt hier mal noch kurz sehen möchte ist ob sie die apple sticker vielleicht auch mal farbig gemacht haben also hier ganz normal hallo so geht zwischen face id alles doch ganz standardmäßig die weißen apple sticker sind auch mit dabei okay dann schauen wir uns mal das iphone 11 pro an und ja erst mal die hinten zur kamera haben ach komm ich mal erst mal hier die folie ab immer was ganz besonderes einmal die ging gar nicht rum das war ja nur auf der vorderseite eine folie und die rückseite hat gar keine folie drauf ach das ist ja mal krass normal hat die rückseite auch immer eine folie drauf also nur die front und die sieht aus wie man es halt kennt hier vom iphone 10 und vom iphone 10s da hat sich ja gar nichts getan aber die rückseite da hat sich einiges getan wir haben hier unsere kameras und wenn ich mir das mal anschaue es sieht in echt natürlich besser aus als es jetzt bei den ganzen leaks am anfang war da war ja hier immer alles komplett schwarz und es sah echt echt übel aus aber ich muss sagen so in natura das geht eigentlich sieht gar nicht so übel aus vor allem da das hier ja auch mit diesem glas ganz cool gemacht ist denn die komplette rückseite ist ja aus einem einzigen stück glas gefertigt das heißt wir haben hier dieses frosted glas also was so ein bisschen ja milchig eher aussieht und matt aussieht und sich auch sehr sehr gut anfühlt muss ich ganz ehrlich sagen fühlt sich sehr gut an allerdings doch ein gutes stückchen ja rutschiger und nicht so griffig jetzt wie das normale glänzende glas aber sieht gut aus fühlt sich gut an macht einen hochwertigen eindruck natürlich für den preis muss das auch so sein aber dann hier der kamera hubbel der ist ja der ist gar nicht mal so hoch also das iphone ist ja minimal dicker geworden aber hier der kamera hubbel macht einen guten eindruck und dort ist das glas dann aber auch glänzend wie man hier sehen kann und dort haben wir die drei kameras einmal die ganz normale weitwinkel kamera dann die super weitwinkel kamera die er jetzt hier neu ist und die zweifache optischer zoom kamera dann hier unten drunter noch mal was für das mikrofon und unser blitz und das war es dann schon was aber hier auch noch mal auffällt wenn ich mal das iphone 10 daneben halte schaut mal wo das apple logo jetzt hier gelandet ist nämlich hier in der mitte vom iphone und nicht mehr hier oben wahrscheinlich wäre es dann irgendwie zu nah hier am kamera hubbel dran gewesen deswegen wurde es dann etwas weiter nach unten ja geschoben und wir haben hier unten noch mal das ce zeichen und dass das ding nicht in die mülltonne gehört ansonsten steht aber nichts mehr drauf kein schriftzug mehr iphone oder sonstiges da haben sie viel weggespart der rahmen schauen wir uns mal den rahmen an der ist natürlich noch mal hier aus stainless steel aus edelstahl allerdings auch ja hier in dieser midnight green farbe die sieht jetzt hier in der kamera ziemlich hat ziemlich ich sag mal fast schon schwarz aus aber je nachdem wie das licht rein fällt kann man dann durchaus diesen leichten grünen schimmer erahnen es ist ja kein knalliges grün es ist ja wirklich so ich sag mal industrielles dunkles grün so würde ich es mal bezeichnen und der rahmen der sieht gut aus ganz normal haben wir dann immer noch hier unsere lauter leise tasten der mute switch wie oft gemunkelt wurde der hat sich dann auch nicht geändert der ist immer noch so wie schon die ganze zeit war also keiner die beim ipad dass man von oben nach unten schiebt sondern dieser seitliche schalter ist uns erhalten geblieben wir sehen hier noch mal die antennen linie genauso wie hier weiter unten auf der oberseite sehen wir auch noch mal hier eine antennen linie direkt über der kamera und dann noch mal hier unseren power button natürlich und den einschub für die sim karte und unten auch ganz standardmäßig haben wir einmal hier den lightning anschluss dann den lautsprecher und das mikrofon und noch mal hier so eine antennen linie und da kann man schon mal erkennen ja da hat sich ein bisschen was geändert wir haben jetzt nämlich hier nur noch diese drei löcher statt wie beim iphone 10 damit vergleiche ich das einfach mal statt hier der symmetrischen löcher für mikrofon und lautsprecher also die symmetrie ist hier ein bisschen flöten gegangen dafür wird dann bestimmt jeder empfang etwas besser sein ja also das ist es wohl das iphone 11 pro und ich bin jetzt sehr gespannt wenn es ums testen geht ja wie sich hier die kameras schlagen besonders gespannt bin ich auf den nachtmodus der soll ja obwohl es gar nicht so gut aussah bei der keynote habe ich jetzt mal so gehört von anderen medien echt gut sein der soll einen guten job machen und da bin ich sehr drauf gespannt dann extra kamera test wird sie im kanal natürlich auch wieder geben da werde ich es vergleichen mit dem iphone 10 da werde ich mal ein bisschen rumziehen ein paar fotos schießen und dann könnt ihr mal sehen was das iphone 11 jetzt so viel besser macht wie das iphone 10 oder auch das iphone 10 s und dann kommt für mich hier natürlich später noch die frage der fragen ja behalte ich das ding hier denn ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz sicher ob es das schon ist das upgrade das ich jetzt hier behalten möchte oder ob ich noch ein jahr länger hier auf dem iphone 10 bleiben mit dem ich eigentlich immer noch sehr zufrieden bin naja ich hätte ja gerne hier oben mal gesehen dass die notch ein bisschen kleiner wird aber da hat sich ja dieses jahr überhaupt gar nichts getan die sieht immer noch genauso aus und von daher könnte es auch gut sein dass ich jetzt mal noch ein bisschen warte bis zum nächsten jahr denn da würde es mit sicherheit ein größeres redesign geben aber die entscheidung die ist noch nicht getroffen von daher schauen wir erstmal ich werde jetzt mal testen freunde und halte euch hier natürlich auf dem laufenden ja bezüglich des iphone 11 pro und ja hier so eine neue apple die ist auch noch auf dem weg zu mir da bin ich auch noch sehr drauf gespannt auf das always on display das soll es aber jetzt vom unboxing erst mal gewesen sein freunde ich bedanke mich fürs zusehen und sage tschüss bis zum nächsten mal euer me apple cat macht's gut